Es ist so weit. Stella ist jetzt ein Jahr lang bei uns und an diesem Wochenende haben die Mädchen das erste Mal auf ihrem Rücken gesessen. Wie immer trainieren wir alles beidseits. Das heißt auch hier das Aufsteigen von links genauso wie das Aufsteigen von rechts. Alles klappt wunderbar gelassen. Stella ist entspannt. Die Menschen um sie rum sind entspannt. Und da wir zwei Mädchen haben, findet natürlich auch ein Reiterwechsel innerhalb dieser Trainingseinheit statt. Und bei allem was Stella richtig macht, wird sie gelobt, damit sie genau weiß, was sie tun soll. Untertitelung des ZDF, 2020